Dieses Jahr laden wir herzlich dazu ein, das wohl größte Schlitzohr der Königsfamilie kennenzulernen. Gestatten Rex. Er ist verzogen, unwiderstehlich und ganz schön frech. Aber er ist der Liebling der Queen. Und bald werden ihn alle lieben. Royal Corgi. Der Liebling der Queen. Der Nest im Kino. Untertitelung des ZDF für funk, 2017